Im dritten Teil zum Thema Schöpfung gehen wir auf die Beziehung zwischen der Bibel und den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaften ein. Ich glaube, dass Gott zwei unfällbare Bücher geschrieben hat. Das erste unfällbare Buch, das Gott geschrieben hat, draufschreiben liess, ist das Buch der Bücher, die Bibel. Ich glaube, dass die Bibel unfehlbar ist, irrtumslos, Gottes geniales Werk. Darum geht es jetzt in diesem Vortrag nicht. Das gehört zum Thema der Bibliologie, das wir an anderer Stelle behandeln. Heute geht es jetzt mehr um das zweite Buch, das Gott geschrieben hat, das Buch der Schöpfung, das ebenso unfehlbar ist. Alles wohlgeordnet, Gott hat es genial geschaffen, mit einem klaren Zweck, mit Naturgesetzen. Dieses Buch der Schöpfung ist ebenfalls unfehlbar. Ich bin überzeugt, weil beide Bücher unfehlbar sind, so glaube ich zumindest, widersprechen sie sich nie, nie. Wo sie es doch tun, ist es nur ein vermeintlicher Widerspruch, der eine der folgenden beiden Ursachen hat. Es kann sein, dass wir die Bibel falsch verstehen. Dass wir die Bibel falsch auslegen, falsch deuten, Schlussfolgerungen falsch machen und deshalb diese Erkenntnis der Bibel im Widerspruch steht mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Oder die zweite mögliche Ursache ist, dass wir die Schöpfung falsch verstehen. Dass wir naturwissenschaftliche Erkenntnisse falsch deuten, falsche Schlussfolgerungen ziehen. Dass die Sichtweise immer noch vorläufig ist. Dass man sagen muss, ja in ein paar Jahren kommt dann eine bessere Theorie. Und das, wie wir es jetzt sehen, ist dann wieder überholt. Es gibt eine von beiden Möglichkeiten, die sein muss, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse und unsere Erkenntnisse der Bibel sich widersprechen. Zunächst aber möchte ich darauf hinweisen, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle der aufrichtige christliche Glaube und das starke Vertrauen auf die Bibel Naturwissenschaftler zur Entdeckung neuer Fakten über das Universum Gottes geführt haben. Also es war so, es ist so, dass Menschen, die an die Bibel geglaubt haben, auch dafür gesorgt haben, dass in der Naturwissenschaft neue Entdeckungen gemacht werden konnten. Ich sage nur ein paar Beispiele für Menschen, die an Gott als Schöpfer geglaubt haben, die die Wissenschaft vorangetrieben haben. Wahrscheinlich sagen euch die Namen auch etwas. Newton, Galilei, Kepler, Pascal, Boyle, Faraday und so weiter. Vishal Mangalwadi, er zeigt im sehr ausgezeichneten Buch, das Buch der Mitte, zeigt er auf, dass die wissenschaftliche Methode für die Erforschung der Natur aus der Theologie erwachsen ist. Also die Theologie hat dazu geführt, dass man die Natur untersucht hat. Warum? Man kam zum Glauben, dass Gott von der Schöpfung zu unterscheiden ist. Viele Menschen glaubten ja hundertelang, ja tausende, dass Gott in der Schöpfung drin ist. Dann fürchtet man sich natürlich, die Natur zu untersuchen. Sie ist ja Gott. Was, wenn die dann böse will und so mit mir. Aber wenn wir glauben, da ist Gott, der hat die Schöpfung wunderbar geschaffen, dann dürfen wir natürlich auch die Schöpfung untersuchen, die Gott geschaffen hat. Erforschen. Also die Pioniere der Wissenschaft haben in der Bibel erkannt, dass Gott Gesetzmässigkeiten in die Natur gelegt hat. Dass Gott das Universum rational geordnet, geschaffen hat und durch Naturgesetze reguliert. Ich zitiere Mangalwadi. Er schreibt, es waren bibelgläubige Wissenschaftler, die die wissenschaftliche Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts anstiessen. Die Bibel inspirierte die Pioniere der Wissenschaft, aktiv zu werden und die Gesetze der Natur zu entdecken. Und man erkannt, der Gesetzgeber hat die Gesetze gegeben. Der Gesetzgeber ist Gott. Und jetzt können wir die Gesetze, die Naturgesetze untersuchen. Wenn man eben glaubt, dass die Natur das Universum wie selber Gott ist, pantheistisch oder sogar panentheistisch, ja dann wird man die Natur nicht untersuchen. Und darum ist beispielsweise, so zeigt Mangalwadi auf, in China nie eine Naturwissenschaft entstanden. In all den Jahrtausenden. Und auch im alten Griechenland gab es viele Denker, aber keine Wissenschaftskultur hat sich daraus entwickelt. Erst der Glaube an die Schöpfung hat dazu geführt, ich zitiere, nur in Europa konnte sich die Astrologie zur Astronomie, die Alchemie zur Chemie und die Mathematik zur Sprache der Wissenschaft entwickeln. Und das auch erst im 16. und 17. Jahrhundert, als die westliche Christenheit Gottes Anweisung wörtlich zu nehmen begann. Nämlich die Anweisung aus 1. Mose 1, 28, dass wir herrschen sollen für die Schöpfung. Wer noch mehr dazu erfahren möchte, wie genial das alles war, dem empfehle ich das Buch der Mitte. Wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Zeigt übrigens ein Wissenschaftler aus dem nicht-europäischen Raum. Zeigt uns auf, wie wir geworden sind. Sehr geniales Buch. Jetzt ist es aber doch so, trotz vieler Übereinstimmungen gab es doch immer wieder Zeiten, in denen die anerkannte naturwissenschaftliche Meinung im Konflikt mit dem unter dem Volk gängigen Verständnis der Bibel stand. Ich sage das bewusst so. Die damalige anerkannte wissenschaftliche Meinung und die gängige Sichtweise der Bibel. Ich mache ein historisches Beispiel. Galileo Galilei. Galileo Galilei ging davon aus, oder behauptete, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Dass also die Sonne der Mittelpunkt des Universums, heute würden wir sagen des Sonnensystems ist. Und nicht die Erde der Mittelpunkt, wo sich alles um uns herumdreht. Nennt das, Galilei ging von einem Helio statt einem geozentrischen Weltbild aus. Und was hat die Kirche damals gemacht? Wahrscheinlich wisst ihr das alles, oder? Mit dem Hausarrest und all das. Man glaubte damals nicht, dass Galileo Galilei recht hat. Weil man behauptete, die Bibel sagt uns, die Erde ist der Mittelpunkt. Heute wissen wir, es steht gar nicht in der Bibel. Das war nur die gängige Lehrmeinung damals. Man musste es revidieren. Und so gab es viele Widersprüche zwischen Naturwissenschaft und Bibel, weil man die Bibel falsch verstanden hat. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Einschub aus der Philosophie machen. Und euch zwei Fremdwörter erklären. Das erste Fremdwort ist Ontologie. Ontos, Sein, Seiendes. Es ist die Lehre vom Sein. Da geht es, in der Ontologie geht es darum, was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Ich wende es an auf Schöpfung und Bibel. Was ist wirklich in der Bibel? Was sagt die Bibel wirklich? Was lehrt sie wirklich? Lehrt sie, dass die Erde der Mittelpunkt ist? Ich würde sagen, nein. Was lehrt sie wirklich? Das ist eine Frage der Ontologie. Oder die Schöpfung, die Naturwissenschaft. Was ist wirklich? Welche Gesetzmäßigkeiten gibt es wirklich? Was ist wahr? Das ist eine Frage der Ontologie. Dann gibt es auch noch die Epistemologie. Das ist die Lehre der Erkenntnis. Da stellt man sich die Frage, und wie erkennen wir denn die Wahrheit? Also was ist der Erkenntnisweg, dass wir erkennen können, was die Bibel wirklich lehrt? Stichwort Hermeneutik. Das ist die Frage, wie verstehen wir die Bibel? Die Kunst des Verstehens. Hermeneutik gibt es nicht nur in Bezug auf die Bibel, sondern auf jeden Text. Wie verstehen wir den? Wir dürfen eine Anleitung für die Waschmaschine nicht gleichlesen wie einen Liebesbrief. Oder umgekehrt. Das ist uns allen klar. Und die Frage ist, wie lesen wir denn die Bibel? Da gibt es verschiedene Stilmittel und Poesie und Geschichten. Das ist unterschiedlich zu verstehen so. Ich kann nicht einfach sagen, man muss alles ganz, ganz wörtlich nehmen. Es ist jedem klar, dass gewisses auch bildhaft zu verstehen ist. Oder zum Teil Übertreibungen drin sind. Aber wir verstehen die Bibel. Das ist die Frage der Epistemologie. Wie verstehen wir die Bibel wirklich? Wie kommen wir zur Wahrheit, was die Bibel sagt? Auch in Bezug auf die Schöpfung. Und die Frage ist auch in der Naturwissenschaft, wie kommen wir denn zur Wahrheit? Denke an Experimente, die man machen kann, Messungen, Laborexperimente oder auch Ableitungen. Man kann das indeduktiv machen oder deduktiv. Auch wieder so Fremdwörter. Indem man Ableitungen oder indem man das, wie er kennt, aus der Empirie, aus der Forschung, aus der Erfahrung. Alles so Fremdwörter. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, da zur Wahrheit zu kommen. Und dann macht man eine Theorie. Und dann ist die Solange wahr, bis sie falsifiziert wird. Das ist ein bisschen Theorie zur Wissenschaft, Epistemologie. Jetzt ist es so, wenn die Bibel und die Naturwissenschaft in Konflikt stehen, dann bin ich überzeugt, ist das ein Problem der Epistemologie. Dass wir es vielleicht falsch erkannt haben. Ein Problem auf der Ontologie, dass wir nicht das Seiende, das Wahre erkannt haben. Mit dem Beispiel von Galileo Galilei. Das geozentrische Weltbild wird in der Bibel nirgends gelehrt. Aber man hat gedacht, dass es gelehrt wird. Darum kam es zu einem Widerspruch. Also, wenn sich nun die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich Erschaffung der Welt und die biblischen Aussagen dazu zu widersprechen scheinen, dann muss das eine der folgenden beiden Ursachen haben. Erstens, erste Möglichkeit, wir verstehen die Bibel falsch, als Christen. Wir deuten es falsch. Vielleicht sagt die Bibel gar nicht das aus, was wir immer gemeint haben, was sie aussagt. Könnte ja sein, dass wir jahrzehntelang als Christen der totalen Überzeugung waren. Und so ist es. Sonneklar. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Aber es gibt auch die zweite Möglichkeit, dass die Naturwissenschaft sich irrt. Dass die Erkenntnis falsch ist. Wisst ihr, die Schöpfung lässt sich nicht in einem Laborexperiment wiederholen. Das ist ja das grosse Problem. Man kann gar nicht messen, was damals gewesen ist. Es waren auch keine menschlichen Beobachter dabei. Und deshalb muss das immer ein Stück weit spekulativ bleiben. Übrigens beides. Meine Sicht, wie die Bibel zu verstehen ist. Ich war auch nicht dabei. Und auch meine Sicht auf die Naturwissenschaft. Ich war auch nicht dabei. Nur jemand war bei der Schöpfung dabei. So sagt uns die Bibel, das ist Gott. Und Gott hat uns in seinem Wort mitgeteilt, wie es damals war. Aber er hat nur so viel mitgeteilt, wie er wollte. Und vielleicht hätten wir gerne heute ein bisschen mehr mitgeteilt. Dass wir es noch ein bisschen klarer sagen könnten. Aber ich meine persönlich, dass die Bibel in den ersten Kapiteln kein naturwissenschaftlicher Bericht ist. Und auch nicht absolut vollständig. Ich möchte jetzt drei Prinzipien auflisten. Mittels derer man die Beziehung zwischen der Schöpfung und den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft an die herangehen kann. Erstens. Erstens von diesen drei Prinzipien. Wenn alle Fakten richtig verstanden werden, wird es keinen letztendlichen Konflikt zwischen Bibel und Naturwissenschaft geben. Vielleicht hörst du jetzt meinen Ausführungen zu. Und du glaubst gar nicht an Gott. Weil du immer der Überzeugung warst, es kann gar keinen Gott geben, weil die Evolutionstheorie hat ja längst bewiesen, dass es keinen Gott geben kann. Dann möchte ich dich jetzt an diesem Moment darauf hinweisen, dass du vielleicht die Bibel falsch verstanden hast bis jetzt. Dass es vielleicht sogar möglich ist, rein theoretisch, dass es Gott gibt und die Evolutionstheorie. Ich möchte nur rein theoretisch darauf hinweisen, dass es ja sein könnte, dass Gott ein erwachsenes Universum geschaffen hat. Es könnte auch sein, dass es einen Bruch zwischen 1. Mose 1.1 gab und 1.2. Am Anfang war alles wüst und leer und dann ewig lang und dann kommt die Schöpfung. Kann auch sein, dass Tag gar nicht 24 Stunden meint, sondern lange Zeit, 1000 Jahre für Gott oder noch mehr. Es kann auch sein, dass die Sintflut sich auf die geologischen Daten unglaublich radikal ausgewirkt hat, sodass heute alle Messungen durcheinander gekommen sind. Es kann auch sein, dass das Wort Art in 1. Mose 1 in ziemlich weitem Sinne verstanden werden kann. Es ist sogar möglich, dass Tiere schon vor dem Sündenfall gestorben sind. Es kann auch sein, dass dort, wo das Wort Para benutzt wird, die Möglichkeit besteht, dass eine Entwicklung aus zuvor bereits existenten Dingen passiert ist. Achtung! Ich sage nicht, dass ich das so glaube. Das sind sieben Punkte, die ich von Francis Schäfer habe aus seinem Buch No Final Conflict. Und auch er selbst, meine ich, ging nicht von diesen sieben Punkten, also nicht von allen aus, sondern er sagt es nur als hypothetische Möglichkeit. Und ich möchte dir das sagen, wenn du sagst, ich glaube nicht an einen Gott, weil die Evolution ja bewiesen hat, dass es keinen Gott gibt. Es ist rein theoretisch möglich, dass es doch Gott gibt. Und dass das kein letztes Argument sein kann, um nicht an Gott glauben zu müssen. Jetzt, ich persönlich bin davon überzeugt, es gibt keinen letztendlichen Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Bibel. Und wenn wir das so glauben, jetzt als Christen, dann dürfen wir sehr zuversichtlich an die Naturwissenschaften herangehen. Denk hier ans Studium der Biologie, der Chemie, der Geologie. Auch als Christen dürfen wir zuversichtlich, hoffnungsvoll, unvoreingenommen an dieses Studium herangehen. Weil wir ja wissen, es wird nie ein letztes Faktum geben, dass der Bibel widerspricht. Ich kann das alles zutiefst erforschen und noch tiefer verstehen und noch tiefer erforschen. Und es wird keinen letzten Konflikt geben mit der Bibel. Ich muss ja nicht irgendwann mal sagen, jetzt kann ich nicht mehr an Gott glauben, weil ich jetzt halt Biologe bin oder Chemie oder Geologe oder was auch immer. Und es gibt keinen letzten Konflikt. Und genauso kann ich auch an die Bibel herangehen und da forschen, wie es wirklich gemeint ist. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, gibt es niemals ein Fakt in der natürlichen Welt, die dem widerspricht. Ihr müsst aber verstehen, der wahre Fakt ist das Entscheidende. Wenn wir es richtig verstehen, ja, wenn wir es falsch verstehen, dann gibt es immer wieder Konflikte. Das ist logisch. Und dabei sollte ich beachten, wenn ich in die Natur blicke oder in die Bibel, dass meine aktuelle Sichtweise nur eine vorläufige ist. Naturwissenschaftliche Erkenntnis ist nie die Wahrheit. Ich habe gelernt im Gymnasium, dass es nur zwei Bereiche gibt, die total unveränderlich sind in der Wissenschaft. Das sind die Mathematik und die Logik. Und alles andere ist nur vorläufig. Und vielleicht sagt man in einem Jahr schon, ja, das war von gestern. Heute sieht man das anders. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört, Stichwort Ernährungswissenschaften. Ja, heute ist das anders. Zum Glück, gerade letztens hat mir jemand gesagt, ist ja gut, dass man heute auch Kaffee als Getränk zählen darf, oder? Neuerkenntnis, super. Dass man jetzt das auch messen kann, wie viel Wasser man trinken muss und auch den Kaffee dazu zählen kann. Weil man hat Neuerkenntnis gewonnen. Naturwissenschaftliche Erkenntnis ist nie die Wahrheit. Übrigens gibt es immer verschiedene Beschreibungen einer Sache. Es gibt vielleicht eine Mehrheitsmeinung. Es gibt immer auch solche, die dann etwas auch anders sehen, die dem widersprechen. Wissenschaftliche Aussagen sind nie ehrenes Gesetz. Sie gelten bis zur Falsifizierung. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind oft widersprüchlich und ungenau. Und manche Bereiche des Wissens liegen auch ausserhalb der Reichweite der Wissenschaft. Es wird nie ein Biologe uns sagen können, warum wir als Menschen existieren. Das ist keine Frage der Biologie. Das Warum. Nur das war es. Wozu der Mensch lebt? Wer kann uns das sagen? Manche sagen die Philosophie. Wir glauben alleine die Bibel. Alleine Gott. Also naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind immer nur vorläufig. Aber auch meine Sichtweise der Bibel ist immer nur eine vorläufige. Ich sage mal einen gewagten Satz. Absolut gesehen ist meine Sichtweise der Bibel falsch. Und ich hoffe doch, dass das, was ich sage, wahr ist. Aber wenn ich jetzt sage, alles, was ich in meinem Leben je gepredigt habe, war wahr, dann ist dieser Satz falsch. Da bin ich überzeugt, weil ich es heute ja schon wieder anders sage, zum Teil. Ich versuche, indem ich mich unter Gottes Wort stelle, möglichst an die Wahrheit der Bibel heranzukommen, so wie Gott sie mir offenbart. Aber ich muss vielleicht in einem Jahr sagen, das habe ich damals zu ungenau gesehen. Da habe ich neue Dinge schon gelernt. Jemand sagte mal, wir als Theologen sollten mutig sein, in jedem Jahr fünf falsche Meinungen zu revidieren. Ich sage, das wäre gesund, in jedem Leben von uns. Wenn wir merken, da habe ich es falsch gesehen, dass wir sagen, ja, habe ich falsch gesehen. Kein Problem. Unsere Erkenntnis ist nur ein Stück weit, sagt übrigens die Bibel selbst. Die Bibel selbst ist die Wahrheit. Nur meine Erkenntnis der Bibel ist nicht die absolute Wahrheit. Es gibt keinen einzigen Menschen übrigens, der alles in der Bibel richtig deutet. Kein einziger. Dann ein zweites Prinzip. Manche Theorien der Schöpfung scheinen eindeutig im Widerspruch zu den Lehren der Bibel zu stehen. Ja, das müssen wir auch sagen. Es gibt naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Da würde ich heute klar sagen, die sind mit der biblischen Lehre nicht vereinbar. Denke hier an alle säkularen Theorien, wie zum Beispiel die Urknalltheorie, die Gott ganz ausschliesst. Meine, heute ist ja wie klar, es gab einen Urknall, aber das Problem, das man jetzt hat, ist, wer hat denn geknallt? Meine, wenn es geknallt hat, muss auch jemand geknallt haben. Und das weiss man ja heute irgendwie wie nicht. Aber wenn man sagt, okay, es gab einen Urknall, aber niemand, der geknallt hat, dann widerspricht das auf jeden Fall der biblischen Lehre. Ich meine auch, der Materialismus und die darwinistische Evolution im materiellen Sinn widersprechen der Lehre der Bibel. Ich meine auch, dass die theistische Evolution die Lehre der Bibel widerspricht. Es ist die Sichtweise, dass Gott die Evolution gelenkt hat, also alles irgendwie evolutionistisch. Und dann hat Gott an bestimmten Punkten eingegriffen. Meist nimmt man drei Punkte an, wo Gott bewusst eingegriffen hat. Das ist am Anfang, dann bei der Erschaffung des ersten Lebewesens und bei der Erschaffung des Menschen. Ich meine, dass diese Sichtweise der biblischen Lehre widerspricht. Und zwar der Aussage der Bibel, dass alles zweckmässig ist. Wenn ich die biblische Schöpfungsgeschichte lese, dann meine ich zu sehen, dass da irgendwie alles ganz bewusst geplant ist. Und nicht einfach zufällig über Jahrhunderte, Jahrmillionen, über Jahrmillionen und dann zufällig und zum Glück ist dann etwas entstanden. Und Gott hat alles ganz bewusst gelenkt. Ich meine, auch das Gotteswort unmittelbar bewirkt hat. Nicht, dass Gott gesprochen hat und dann ging es Jahrmillionen und dann ist etwas geworden. Und Gott hat gesprochen und es war da. Und Gott, so steht in 1. Mose 1,11 und 1,24 hat die Pflanzen und Tiere nach seiner Art geschaffen. Ich meine auch, dass das ein klarer Hinweis ist, dass das nicht aus etwas anderem sich entwickelt hat. Und so weiter. Ich meine auch, dass die darwinistische Evolutionstheorie mit der biblischen Lehre nicht vereinbar ist. Und zwar die evolutionistische, die darwinistische Evolutionstheorie im Sinne der Makro-Evolution. Da müsste ich jetzt ganz viel sagen, wo ich da Probleme sehe, auch aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und dazu gibt es ganz viele Bücher, auf die ich gerne verweise, wenn jemand da mehr Fragen hat. Zum Thema Makro-Evolution. Und jetzt kommt noch ein drittes Prinzip. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Das dritte Prinzip ist, dass sowohl die Theorien von der alten Erde als auch von der jungen Erde erlaubte Optionen für Christen sind, die heute an die Bibel glauben. Ich bin nach etlichem Studium zum Schluss gekommen, dass gemäss der Bibel die Erde auch alt sein kann. Dass das möglich ist von der biblischen Aussage her, dass man an eine alte Erde glauben kann. Und zwar ist es so, dass es Lücken gibt in den Geschlechtsregistern der Bibel. Manche sagen, es steht ja da und der zeugte der und der den und der zeugte so und so und so. Aber man sieht ganz klar, dass manchmal der Ururenkel gezeugt wurde. Das ist noch spannend so. Man hat sich das mal überlegt. Und vielleicht sind da ganz, ganz viele Generationen ausgelassen worden. Wir wissen nicht warum. Aber anscheinend ging das im hebräischen Denken. Dass jemand vielleicht seinen unendlich Urenkel zeugte und dann ging es erst dort wieder weiter. Wie auch immer. Das ist möglich. Es ist auch möglich, meine ich, dass Tiere schon vor dem Sündenfall gestorben sind. Jetzt denkst du, nein, es war doch alles sehr gut. Der Tod kam doch erst mit der Sünde in die Welt. Tatsache ist aber, dass die Pflanzen schon vor dem Sündenfall gestorben sind. Ja, die Menschen haben ja etwas gegessen. Und damit haben sie die Pflanzen, die ja auch leben, getötet. Also die Pflanzen starben. Und rein theoretisch ist es ja möglich, dass auch die Tiere, die ja keine Seele haben, gestorben sind. Zumindest rein theoretisch müsste man sich mal überlegen, wenn es den Sündenfall ja Millionen nicht gegeben hätte. Kein Sündenfall. Und die Tiere sich ständig vermehrt haben. Die haben ja den Auftrag, sich zu vermehren. Was wäre wohl mit der Erde passiert irgendwann einmal? Die wäre ja, weiß auch nicht, masslos überfordert gewesen. So ist es rein theoretisch möglich, von der Bibel her zu glauben, dass die Tiere auch vor dem Sündenfall, dem Alterungsprozess und dem Tod unterworfen waren. Auch wenn ich das von der Bibel her nicht so sehe, ich persönlich. Aber es bleibt eine reale Möglichkeit. Ich persönlich glaube auch, dass mit Tag ein 24-Stunden-Tag gemeint ist. Weil dort, wo Jom steht, hebräisch für Tag, mit einer Kardinalzahl, also 1., 2., 3., in der Bibel eigentlich immer ein 24-Stunden-Tag gemeint ist. Trotzdem muss ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Sonne erst am 4. Tag erschaffen wurde. Und wie genau wurde vorher die Zeit gemessen? Wenn ja die Sonne, die die 24 Stunden wie definiert, noch gar nicht da war. Könnte man sich mal ein bisschen überlegen, ob das auch ein Hinweis ist. Meines Erachtens, so sage ich abschliessend, deutet das biblische Zeugnis auf eine junge Erde hin und das naturwissenschaftliche Zeugnis auf eine alte Erde. Wie genau jetzt dieser Konflikt aufgelöst wird, ob die Naturwissenschaften irgendwann mal erkennen, wenn sie die richtigen Fakten haben, dass es eigentlich doch jung wäre, eine junge Erde wäre. Oder ob wir irgendwann mal zum Schluss kommen, die Bibel ist anders zu verstehen, das weiss ich im Moment nicht. Ich möchte jedenfalls nicht von vornherein davon ausgehen, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft einfach per se falsch sind. Vielleicht sogar bewusst gefälscht. Ich persönlich, wie gesagt, glaube an eine junge Erde, kann mir aber auch vorstellen, dass die Erde alt ist. Ich meine, dass Gott uns nicht genügend Informationen gegeben hat, um zu einer klaren Entscheidung zu dieser Frage zu kommen. Ob jemand an eine junge oder eine alte Erde glaubt, ist meines Erachtens keine Frage der Bibeltreue. Ich möchte euch bitten, dem anderen nicht vorzuwerfen, dass er nicht bibeltreu ist, wenn er von einem anderen Alter der Erde ausgeht. Ich meine, das ist nicht heilsrelevant. Darum möchte ich zum Schluss uns alle an dieser Stelle zu Demut auffordern. Gott hat uns nicht zu allen Fragen eine umfassende Erkenntnis gegeben, in der Bibel und auch in der Naturwissenschaft noch nicht. Unser Erkenntnis ist immer nur Stückwerk. Ich meine aber, dass die materialistische Makroevolutionstheorie mit dem biblischen Zeugnis nicht vereinbar ist. Trotzdem können gewisse Erkenntnisse aus der Evolutionsbiologie, aus der Chemie, aus der Geologie wahr sein. Ja, auch die Erde kann alt sein. Zusammengefasst, wenn unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis sich nicht mit der Erkenntnis der Bibel vereinen lässt, liegt es entweder daran, dass wir die Schöpfung falsch verstehen, oder die Bibel. erkenntnis oder die Schöpfung oder die Schöpfung nicht oder die Schöpfung. Vielen Dank.